Heute möchte ich euch gerne zwei klassische Wachsjacken-Modelle aus dem Hause Barbo vorstellen. Die berühmteste Wachsjacke ist die Classic Bofor, die wie alle Wachsjacken aus einem dornenfesten gewachsenen Baumwollstoff hergestellt werden. Dazu gibt es den Korb-Kragen-Besatz und zwei große Blasebalgtaschen, die viel Staubbau bieten. Als zwei weitere Features finden wir zum einen die Innentasche, die sich hier vorne befindet und viel Platz bietet und das Zwei-Wege-Reißverschlusssystem, sodass sich der Reißverschluss von unten bedienen lässt, genauso wie von oben durch den bekannten Barber-Dringenreißverschluss. Passend zu der Classic Bofor Wachsjacke gibt es das Barber Innenfutter, welches sich ganz leicht in alle Wachsjacken einsippen lässt. Neben dem klassischen Modell Bofor finden Sie bei Hallelieu & Co. noch viele andere Modelle von Barber. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!